Kaum aus Thailand zurück, jetzt live hier aus Frankfurt von den Internet-Marketing-Days, von meinem Seminar. Und ich kann euch eins sagen, es ist der Hammer, der absolute Hammer, von Thailand in 33 Grad wegzufliegen, hier in Frankfurt zu landen bei minus 4 Grad. Ein Temperaturunterschied von 37 Grad ist einfach nur Hammer und es friert hier, sage ich euch. Okay, der Grund heute. Der Grund des heutigen Videos ist ganz einfach. Im November war ich in Marokko, eingeladen von Christoph Lindner von der Philly Bank, zum europäischen Internet-Marketer-Treffen. Dort haben sich 25 Internet-Marketer versammelt, um vier gemeinsame Tage und Masterminden zu verbringen, inklusive einem Internet-Marketer aus Amerika. Diese Veranstaltung war absolut bombastisch. Ich habe dort neue Internet-Marketer kennengelernt, also für mich neue, die ich vorher nicht persönlich kannte, sogar teilweise den Namen nicht kannte. Und dort waren Jungs, dort waren Internet-Marketer dabei, der absoluten Spitzenklasse. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich heute ein Webinar ankündigen darf mit einem Internet-Marketer, mit dem ich vorher, vor November in Marokko noch nie zusammengearbeitet hatte, den ich aber sehr schätze. Vor allen Dingen ist es ein absoluter Experte auf seinem Gebiet. Und ich freue mich, als erster ein Webinar mit Markus Dahn präsentieren zu dürfen. Sprich, ich lade Sie heute mit diesem Video ein zum Webinar mit Markus Dahn. Jetzt muss ich mir allerdings meinen Zettel dabei holen, da habe ich mir die Punkte aufgeschrieben, denn das Thema ist auch ein bisschen neu für mich und die Punkte sind natürlich auch neu für mich. Zuerst einmal also die Punkte, worum es im Webinar geht. Das Webinar hat den Titel Passives Einkommen 2013. Passives Einkommen, was ist das? Passives Einkommen ist ein Einkommen, was man erreicht ohne aktive Mitarbeit. Und ich kann euch eins versprechen, Markus Dahn hat mir so viele Tipps gegeben zu diesem Thema und Markus Dahn kratzt nah an der 4-Stunden-Woche von Tim Ferris. Er hat sein Business, ein Internet-Business, ein reines Internet-Business so automatisiert und so aufgebaut, dass er fast zu 100% ein passives Einkommen erreicht. Und das ist gigantisch. Willst du das nicht auch? Ich würde es auch gerne. Bekomme ich vielleicht auch irgendwann so hin wie Markus Dahn. Aber der Grund ist natürlich, ich habe ihm sofort angeboten, ein Webinar bei meinen Kunden, bei meinen Lesern zu halten. Er hat freundlicherweise angenommen und ich freue mich mega, ihn hier präsentieren zu dürfen oder ankündigen zu dürfen. Die Punkte im Webinar werden sein, die richtige Einstellung, passives Einkommen beginnt im Kopf. Zweitens, drei Grundprinzipien von passivem Einkommen, die Sie auf jedes Geschäft anwenden können. Auf jedes. Zugehört auf jedes. Denn ich habe noch weitere Personen in Marokko kennengelernt und die haben das bestätigt. Dort waren nicht nur reine Internet-Marketer, sondern da waren auch Unternehmer dabei, die offline Business betreiben. Und auch die haben das bestätigt. Mit der Taktik von Markus Dahn ist das definitiv möglich. Dritter Punkt im Webinar. Sorry, dass ich hier ablesen muss, aber die Punkte sind so neu für mich und ich kann die auch nicht hier hinkleben oder sonstiges. Hier stehen die drauf. Ich hoffe, ich kann meine Sauklaue lesen. Drittens, was Sie noch heute machen können, um sich ein passives Standbein aufzubauen. Und ich kann Ihnen nur sagen, tragen Sie sich jetzt sofort neben dem Video da oder da, ich weiß jetzt gar nicht, für das Webinar ein. Als ersten präsentiere ich hier Markus Dahn, einen absoluten Experten auf seinem Gebiet. Markus Dahn ist einer der höchst bezahlten Flirt-Coaches in Deutschland. Er hat also nicht nur Produkte zum Thema Geld verdienen oder Business eröffnen oder sonstiges, sondern er betreibt auch Plattformen zum Thema Dating und Flirten. Ist einer der höchst bezahlten Flirt-Coaches überhaupt in Deutschland. Markus Dahn ist seit 2004 Internetunternehmer. Das zeigt, schon über Jahre hinweg im Internet tätig. Er reist durch die Welt, ist mal in Kroatien, ist mal in den USA, mal in Thailand. Kann sich also genau das erfüllen, wovon viele träumen. Und wie gesagt, er ist nah an der 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss dran. Ja, und zuletzt ist Markus Dahn der führende Experte für passives Einkommen im Internet-Marketing. Und diese Person, diesen Internet-Marketer, diesen Experten präsentiere ich jetzt live in einem Webinar. Es wird nur ein einziges Webinar mit ihm geben, denn passives Einkommen bedeutet auch nicht zu viel arbeiten, automatisieren, auslagern, outsourcen und so weiter. Und das heißt, wir haben nur diesen einen einzigen Termin zur Verfügung. Und ich kann dir nur raten, nimm an diesem Termin teil, trag dich jetzt für das Webinar ein, da oder da. Und nimm an dem Webinar teil. Die Informationen sind hammerhart, hammergut. Und ich freue mich extrem, Markus Dahn präsentieren zu können in einem Webinar. Trag dich jetzt ein, nimm an dem Webinar teil, profitiere von diesen wahnsinnig guten Informationen. Absolut kostenlos, hier gibt es nichts. Übrigens, noch ein Tipp, im Webinar wird nichts verkauft werden. Also jetzt eintragen, ich habe genug geredet jetzt, jetzt eintragen, beim Webinar teilnehmen und sehen, was Markus Dahn auf der Pfanne hat. Bis im Webinar, ciao, euer Ralf.